Das erste Spiel war 1997, auf jeden Fall gegen Salzburg, ein Heimspiel, das wir 2-0 gewinnen konnten. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich Gott sei Dank eine positive Bilanz. Ja, ist eine Situation, wo der Tormann eigentlich nur gewinnen kann, weil alle Vorteile beim Stürmer liegen, aber das ist genau die schöne Herausforderung für einen Torhüter. Ich bin ein und für sich für das Neue und das Moderne, aber ich könnte es mir auch vorstellen, wenn es so bleibt, wie es ist, um nachher über die strittigsten Situationen oder die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter wochenlang zu diskutieren. Ja, es sind ein wichtiger Bestandteil der großen Rapid-Familie und ich hoffe, dass sie auch diese großartige Stimmung aus dem Hanabi-Stadion mit hinüber in das neue Stadion nehmen und wir dort gemeinsam viele schöne Siege feiern können. Der schönste Moment? Ja, die Wiederholung der Sensation von Birmingham. Das war sicher mein sportliches Highlight. Und das andere sportliche Highlight wäre für mich das Europacup-Finale, wo ich ein sehr junger Spieler im Kader war damals.